ja und damit herzlich willkommen zu der versprochenen zweiten episode und ich habe mal kurz die stadt gewechselt und zwar sind wir jetzt in der schweiz in der netten stadt bern und ja da habe ich momentan schon zwei linien aktiv und ich habe auch schon die größeren busse wo knapp 90 leute reinpassen da habe ich mir gebrauch geholt und habe sie dann quasi wieder in stand gesetzt und ich habe mir einen kredit geholt und zwar ist es daher mit 130.000 ein prozent zins 980 franken pro tag rückzahlung macht aber nix wir haben nämlich ein mega gewinn denn die linie 1 die ich gebaut habe immer hier auf die karte das ist die hier die ist extrem profitabel das sind vor allem in der früh und dann zu abendzeiten richtig viele leute unterwegs sind jetzt der hauptbahnhof von bern hier und hier oben habe ich eine zweite linie doch die ist jetzt nicht ganz so profitabel aber es funktioniert auch und jetzt würde ich gern mal dann eine aufgabe annehmen bis in die linie wo man noch extra geld dafür kriegen wir uns gleich anschauen bewertung ist soweit auch weitestgehend okay das busunternehmen heißt line road travel hier und wir haben eine e mail gekriegt gut abend das aber so ein bisschen klasse ich bin so froh dass im job gefunden haben ja das freut mich okay die busse kommen alle wieder rein dann dass wir die alles bissl servicieren ich tun wir auch reinigen ansonsten passt das hier alles okay linien linie 1 25 fast 26.000 an umsatz linie 2 13.000 eh das läuft hier in bern ist mega geil also wenn wir jetzt hier sagen linien neue linie dann hat es jetzt hier eine aufgabe bärenpark das heißt verbunden mit bärenpark verbunden mit mindestens einem bahnhof montag bis sonntag von 9 27 bis 20 27 alle 30 minuten okay wir nennen das den bärenpark sprinter und du hast gesagt einmal vom hauptbahnhof verbunden das wäre dann hier bärenbahnhof hier ist der bärenpark dann macht er hier so ein express wir könnten eigentlich beim helvetia platz wieder stehen lassen und dann wieder bärenbahnhof aber der fährt also von vorne so komisch rein möchte ich das ne tatsächlich nicht einmal so und dann bärenbahnhof geht das ja alles klar sind wir schon mal die geplante auslastung dabei hat ein peak aber da fahren wir halt noch nicht da kann ich jetzt nichts verändern man steht alle 30 minuten ja ist was ist bestätigen gilt dann oh was platten bekommen er hier ja das müsste man leider reparieren lassen ich lass mal reinigen du bist okay du kannst tanken gehen bist auch okay das passt hier auch jetzt können wir halt leider noch keinen zeitsprung machen wegen der reparatur mann hier mal ein bisschen vorspulen und wir könnten noch schauen ob wir uns billigen bus kaufen können 29.000 28.000 145 plätze 50.000 das ist aber ein mega schlechten zustand ich meine preis ein bisschen drücken hier eine ahnung 44.000 abgelehnt schade brauchen wir das noch mal was bei dir ist kaputt motoröl bremsbelege naja komm 42.000 abgelehnt stars 43.800 angenommen geil so du machst mal reinigung außen reinigung in bitte außen geht nicht aber das macht jetzt gerade der andere ich tue mal reparieren das das und das bremsbelege machen wir jetzt auch gerade schon mal mit eine freie hebebühne wieso nicht ah bei dir brauche ich die große hebebühne ah lass mal ganz kurz auf pause gehen das ist jetzt schlecht ähm ah shit die lackiererei ist mir da im weg ich bin höchstens ach das ist jetzt echt kacke ich habe keinen platz warte mal wie viele busse haben wir jetzt fuhrpark 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 ich könnte probieren ob ich den stellplatz da abreiße aber dann muss der bus da weg kann ich das abheißen während der bus da steht ich hoffe der bus kommt jetzt wieder ähm hier bin ich groß ne geht nicht hä warum kann ich das da ich muss mich verarschen ok stehplatz mittel kann man hier unten noch machen geht auch stehplatz groß noch ne mittel noch ok ja der bus kommt der bitte wieder euer gott sei dank das wärs jetzt gewesen der erste gelenkbus bewegung ist noch nicht so ganz geil also reparieren einmal das 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 reparatur starten das lager ist halt jetzt da oben naja ok bei dir ist alles ok bei dir auch ja eigentlich soweit auch haben wir jetzt nicht gesehen ist der in einem schlechten zustand gut äh ein paar menü können wir raus tun wir mal fast vorwarten hier da holt er sich die ersatzteile ein zwei mitarbeiter habe ich auf fortbildung geschickt unter anderem so ein service mitarbeiter schauen was das da noch bringen wird da wird sich dann am nächsten tag garantiert beschweren dass wir jetzt überstunden gemacht haben hier in die nacht rein ich würde sagen den rest machen wir dann am nächsten tag sollte sich eigentlich ausgehen die wertungen geht besser ey wow ich bin relativ pünktlich seid's mal nicht so ok einmal parken und zeitsprung 4.17 morgens ok 48 bis 277 naja den ganz großen können wir noch nicht einsetzen wir nehmen mal die 90er 4 bis 15 Uhr nehmen wir daher auch mal einen großen Linie 1 hätte ich auch nochmal einen großen gern 3 bis 15 Uhr 38 da 90 ah die 90er passen auch auf mittelgroß ok und 6 bis 9 Linie 2 dann haben wir hier so einen mittelgroßen ah klein Entschuldigung dich bitte waschen keine freie Waschanlage verfügbar ne warte mal brauche ich jetzt auch noch eine große Waschanlage für dich Straße ähm warte mal warte mal warte mal ja fuck Waschanlage groß und in der Waschanlage groß kann ich dann vermutlich nur die großen Sachen machen oder ah das ist doch kacke Straße bitte passt doch hin natürlich nicht abreißen jetzt passt es so hin Stehplatz mittel geht hier noch rein jetzt haben wir so 1 2 3 4 5 6 7 8 ich habe keinen Platz mehr ich kann mich wenigstens von der Lackiererei verabschieden wir brauchen dringend eine Erweiterung ok kannst du jetzt bitte waschen gehen sieht das auch irgendwie doof aus da hm kann ich es aber nicht platzieren warte mal was ist wenig ich werde nochmal zwei Busse waschen lassen mal schauen ob sie auch die ganz große nutzen ok du gehst waschen du gehst waschen geht das so und du fährst währenddessen mal in die Lackiererei guck mal Bären Sprinter haben wir jetzt noch gar nichts zugewiesen ja das habe ich jetzt auch nicht gesehen ich bin aktuell wirklich zufrieden mit der Arbeit schön ok lokale Vorlagen da haben wir jetzt zwei ja mehrere sogar sollen wir im Arriva-Design bleiben oder hier mit dem da steige ich ein hm ich glaube ich bleib bei Arriva anwenden aha der nutzt also auch die kleine Waschstraße hier also dann können wir die abreißen ich finde es aber nur dehnlich dass die kleinen Busse die große Werkstatt nicht nutzen können ja cool dann können wir dich hier oben abreißen und wer kriege ich jetzt den ganzen Mist hier weg irgendwie so ähm da drin das bitte auch noch abreißen ok kann ich jetzt da einen Stellplatz hin machen groß ja kann ich sehr gut die sind jetzt alle am Wegfahren ich schau mal aus von der Auslastung her ähm wie ist da mit dem Fahrplan also da geht es erst so um 9.27 los haben wir noch ein bisschen Zeit alles klar vorspulen wieder mal gespannt wie das da mit der Auslastung wird mit dem Bärensprinter da werde ich vielleicht zu der Vorsicht mal den ganz großen Bus hinschicken und ich hätte gerne noch einen zweiten ganz großen Bus hier für die Linie 1 weil mit den 90ern sind sie recht gut ausgelastet also sie einen ganz großen und einer von denen von denen da mit 90 und dann eine Linie irgendwie Bahnhof hier oben und dann hier wieder rein das wäre das nächste der Dinge die ich tun möchte Schicht zu weisen Bärensprinter ja nehmen wir mal einen ganz großen 145 zur Sicherheit Forschung ja nur ein Bus gern okay Einsatz mindestens 30% der Linien Netzabdeckung wir brauchen also mehr Linien okay manche viel Geld verloren Ausgaben so hoch naja gut weil ich da was Lein gekauft habe könnte mal ein bisschen mit dem Ticketpreis nach oben gehen so das heißt wenn jetzt der Bärensprinter noch wegfährt dann haben wir hier noch zwei Busse die schön sauber sind okay ähm Linienmanager auf normale Geschwindigkeit bitte neue Linie verdiene mindestens 50 das sind wir eh weiter entfernt also können wir eine eigene Linie machen bitte gern von Bernd Bauernhof hier rauf ähm also machst du das jetzt schon wieder komm mach doch da oben eine Kurve das kann doch nicht so schwierig sein komm jetzt hier bitte rein Spiel bitte oh der will hier nicht kann ich nach oben fahren also mit der Wegfindung haben sie es hier noch nicht so ganz dann nehme ich halt das mal kurz weg das bin ich so what the fu okay irgendwie geht das nicht kann ich denn hier reinfahren oh komm jetzt come on kann doch nicht sein Engrit also sie so geht's Güterbahnhof nee Güterbahnhof hier unten das geht Inselspital ah Inselplatz Entschuldigung und dann Hirschgraben und wieder Bahnhof das sieht spannend aus wie wäre das mit der die Auslastung ist gar nicht mehr so groß wenn wir das alles 30 Minuten machen dann ist es schon besser 60 bis 165 unter den Spitzenzeiten vielleicht alle 20 Minuten alle 15 Minuten ja machen wir das mal so bestätigen Linie 4 kommt erstmal der große zum Einsatz du wirst sauber gemacht du auch was macht die Auslastung mit dem Bären Sprinter der ist nicht sehr ausgelastet sieh ich das muss ich mal kurz schauen sieh ich das vom Namen ah ja da Bären Sprinter vergrößerte Linie jetzt geil das haben wir jetzt fertig befördere 9.460 Fahrgäste an einem Tag und dann 10.000 gut das ist kein Problem 9.460 an einem Tag okay Forschung oh ja geil Gebiet hier vergrößern in welche Richtung ich würde sagen nach Osten Forschung starten 15.000 Spritverbrauch senken kostet uns nix machen wir mal Bewertungen Nummer 2 es macht wirklich aggressiv wenn man stundenlang im Service Center anstehen muss um nur ein Ticket zu kaufen äh ach so ja einen von denen habe ich ja auf die Fortbildung geschickt da war ja ein bisschen viel los aber jetzt hat man hier doch gar große Wartezeit okay Linie beobachten Auslastung gibt es eigentlich bei dir schon Details wie viel also 30 bis 65 okay da werden wir dann das nächste Mal einen kleineren Bus einsetzen der Gelenkbus ist da ein bisschen Oberkill aber hey ich kriege da ganz gut Geld dafür bei der Linie ist nicht so viel los scheint es aber mit 90er ganz gut zu handeln ja wobei jetzt kommen da die Leute ich glaube da brauchen wir erstmal keinen Verstärker das schafft der eigentlich ganz gut wo ist es eben wirklich absolut sauber aus schön dass es noch Verkehrsgesellschaften gibt die Wert auf Sauberkeit legen oh ja gibt nichts Schlimmeres als so richtig grindige Busse wenn man erinnert zur Schulzeit die abgeranzten Mercedes Busse boah postfach im Verhältnis zu früher bin ich aktuell sogar echt zu bin ich aktuell sogar echt zufrieden hier okay ah die neuen Schichten müssen wir zuweisen 15 bis 20 Uhr Linie 1 schicken wir 90er raus Linie 2 oh kein Busfahrer mehr müssen wir ihn einstellen hier bevor wir das machen brauchen wir noch einen Sprint ah Sprint Entschuldigung fahren wir gleich 2 Busfahrer wen nehmen wir denn hier einer der sehr freundlich ist ja den da ah Moment einmal was ist jetzt los achso Moment einmal ich habe jetzt das falsche geforscht das war das Einsatzgebiet und nicht das äh nicht mein Depot naja ist egal so ich wollte eigentlich Busfahrer 1190 ich nehme dich so Linie 2 und der Bärensprinter 38 ok schauen wir mal ganz kurz an Einsatzgebiet Osten ja ist nicht so viel also hier da der Bereich Startup-Bereich ich wollte aber eigentlich das Depot was ist denn das Upgrades Betriebsglände vergrößern 30 100 100 dieser Pokale leck oh mio doof 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 Linie 1 bis zu 97 ich glaube die Busse müssten dann bald wieder zurückkommen beziehungsweise ich hätte gerne nochmal so ein XXL Bus gebraucht 83 oder so ein 83er 90 90 Fahrgäste hat aber einen mega schlechten Zustand was ist das niedrigste 20.000 machen wir das mal abgelehnt war klar 38 38 naja gibt es mal für ein 22.400 das hat er tatsächlich gemacht die ganz kleinen können wir dann eigentlich mal verkaufen von dem möchte ich eigentlich wegkommen nicht einsatzbereit oder er ist einsatzbereit sogar ich schicke bei dem ja los au das werden die leute hassen vielleicht nochmal reinigen davor schicht zu weisen linie 4 keine Busfahrer dann tun wir noch Busfahrer einstellen maximale freundlichkeit und zuverlässig ja einmal du es ist kein Bus verfügbar ich muss jetzt ein bisschen aufs Geld schlagen aber es müssten ja eigentlich eine Busse zurückkommen oder nicht naja soviel zum Plan hier mal ein bisschen vorspulen und hoffen dass ein Bus kommt aber Moment mal wenn wir ganz kurz durchrechnen 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ich kann keine Busse mehr fahren ah kaufen sonst muss die Lackiererei jetzt wirklich weg bitte noch einen Bus rein jetzt sieht das rechnerisch echt auf 2 4 6 7 Busse eigentlich ich weiß im Einsatz so ein einer macht gar nichts da sind 2 glaube ich Linie 4 Fahrplan bearbeiten ja da sind es 2 Linie 1 sind A2 sind 4 Fernsprinter ist 1 Linie 2 Fahrplan bearbeiten naja 2 schwierig 2 4 6 7 Ah da sind sie ja zuweisen sind keine Busfahrer verfügbar ernsthaft jetzt und dich müssen wir reinigen Ah jetzt Linie 4 da ganz groß ist da du kannst mal tanken gehen jetzt müssen wir warten wir haben gleich eine Zubeisung die verspätet ist wie jetzt keine Busfahrer ah ja gut wir haben noch 6 Busfahrer äh Blur bitte spinnt brauchen bitte einen Expressbusfahrer 15 teuer okay ähm bis zu 55 dann tut es der hier den machen wir sauber sauber draußen sofern es nur ausgeht cool alles super Bewertungen hier ah wobei habe ich die Detailbewertung schon ja genug freie Plätze ist meh Haltestellen Qualität Ticketpreise sind meh Service Center Wartezeit boah stellt euch mal nicht so an ansonsten machen wir da noch einen dritten Schalter auf und bauen dann hier oben um könnt zum Beispiel die Küche da rechts machen und dann das Service Center entsprechend erweitern irgendwie so Bienenauslastung oh der Bärensprit der ist ausgelastet machen bei dir vielleicht doch was größeres okay ja wir schauen dass wir hier von den 38er Bussen wegkommen wenn wir dann verkaufen eventuell wenn wir dann hier die passende Auslastung haben schaffen wir das vielleicht auch mit die 9.460 ja wobei ist es jetzt knapp 17 Uhr ich glaube das kriegen wir vielleicht doch noch hin mit heute dann hätten wir hier schon mal 20 was was jetzt noch oh geil wir haben es geschafft erreichen 292 aktive wochenkarten inhaber das haben wir ja auch schon fast was ich ein bisschen grün zeugs hier labusch baum bin einfach so überhaupt kein landschafts gärtner aber darf gerne hier mal ein bisschen grüner sein cool nice jetzt haben wir schon 70 was waren das es waren 100 ne ja Busfahrtestelle Upgrades freischalten Busverschmutzung reduzieren und neue Busse machen wir all das mal was kosten was ist Reperturdauern reduzieren ja gerne bitte nicht schlecht so fast forward und Bernd Bahnhof wäre es so eine Station die würde ich dann mal upgraden ist es sich da alle so wuseln naja schaut euch das mal an wir warten auf den Bernpark Sprinter also es ist echt hier eine mega große Station wo die ganzen Trams halten und hier unten die Busse da gehen sie mal ab in Bern Service Center ist mal ein schlechter Scherz Ah ah ja okay so du gehst mal waschen bitte du wirst innen gereinigt du kannst tanken gehen und dann werden wir dich noch umlackieren und reparieren boi schmutzig die Schande für das unternehmen so sehr sehr zufrieden mit der Bernpark Sprinter sind wir hoffen auf eine weitere gute Sammer für noch viele Jahre mit voll den grüßen Bernpark schön sind das jetzt die Provisionen wo wir jetzt hier die Bonuse kriegen oder ist das bei den Subventionen dabei wo ich Provisionen aber geil Umsatz wird immer besser so du kannst auch mal draußen waschen Licht tun wir jetzt reparieren äh ja Licht brauchen wir und wir haben keine Reifen geil Ersatzteile haben wir noch 2 2 2 2 2 haben wir keinen Reifen können wir eigentlich gerade 3 bestellen weil 1 brauchen wir sowieso könnten eigentlich mal Motor mitbestellen das wird auch kommen dass wir den mal tauschen müssen und bitte gern sofort ich möchte den gern einsatzbereit haben ich könnte mal eigentlich auch nur tanken lassen beziehungsweise äh Moment mal Pause du bist ja ah nein du bist ein 90er ich würde dich nicht verkaufen du bist auch ein 90er ok ne alles gut bist du jetzt ein kleiner gewesen dann hätte ich dich vielleicht gerade verkauft fast forward und jetzt kommen die ganzen anderen rein du bist ein 38er muss verkaufen wie bin ich der verkaufspreis hätte ich gern einen kaufpreis genau für 8000 wieder bitte einmal sauber machen du passt und dich tun jetzt einmal umlackieren und dann tanken auch einmal reinigen es passt sehr gut sehr gut dann wieder das arriba design und das letzte der dinge ist dann noch tanken ja und dann ist hier alles voll video wie immer würde ich mich freuen wenn ihr natürlich hier unten kommentare reinschreibt wie ihr es gefunden habt aktuelles zum spiel findet ihr hier in dieser playlist ansonsten der neueste upload hier oben und wer möchte kommt auch auf unseren discord server link ist da rechts oben gibt auch immer wieder gratis spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der community ansonsten lasst ein abo da und dann verpasst ihr kein upload mehr bis denn dann euer brav buch bis zum nächsten mal tschüss